Worum geht es auf diesem YouTube-Kanal eigentlich und warum sollte ich ihn eigentlich abonnieren? Hallo, mein Name ist Christian Fritz, der Wohlstandscoach und genau die beiden Fragen, die möchte ich dir jetzt in diesem kurzen Video beantworten. Zum Ersten müssen wir erstmal sagen, für wen ist dieser Kanal überhaupt geeignet? Geeignet ist er für all diejenigen, die finanziell mehr im Leben erreichen wollen, die finanzielle Souveränität und Unabhängigkeit erreichen wollen, Geld zu einer unterstützenden Kraft im Leben machen und nicht zu einem Sorgenthema. Und dabei bedeutet eben Souveränität, das Ganze eigenständig zu machen, eigenständig das Geld zu managen, eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass Geld verdient wird, es richtig und intelligent investiert wird und du das Ganze auch mit einem gewissen Plan durchführst. Unabhängigkeit bedeutet dabei eben, dass dein Ziel ist, irgendwann frei über dein Leben und deine Zeit entscheiden zu können, weil du nicht länger von einem Arbeitgeber zum Beispiel abhängig bist, weil du nicht länger für dein Geld arbeiten musst, sondern dein Geld für dich arbeitet und du eben somit dann frei über deine Zeit entscheiden kannst. Das ist das Ziel dieses Kanals, dir eben diese Werkzeuge mit an die Hand zu geben, damit du genau das erreichst, finanzielle Souveränität und Unabhängigkeit. Und es würde mich jetzt freuen, wenn du jetzt diesen Kanal hier irgendwo auf dieser Seite abonnierst und ich habe auch noch übrigens ein Geschenk für dich, das siehst du hier im Hintergrund an meinem PC. Gehe gern auf christianfritz-speaking.de, den Link findest du auch in der Infobox. Da habe ich einen kostenlosen PDF-Report für dich vorbereitet mit den fünf fatalen Fehlern, die dich deine finanzielle Unabhängigkeit kosten werden. Und sonst findest du dort auch immer wieder kostenlose Blogartikel mit weiterem Input für deine finanzielle Unabhängigkeit. Das war es jetzt für dieses kurze Video. Wie gesagt, abonniere bitte diesen Kanal und schau dann immer wieder mal rein, welche interessanten Videos ich hier für dich auf Lager habe. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, dein Christian Fritz. Finanzielle Souveränität erreichen. Finanzielle Souveränität